LADY FLANG Du machst das Klavier und zwei Tage lang bekommt wirklich nichts. Aber plötzlich am dritten Tag ist etwas da und du weisst nicht mehr, was das ist. LADY FLANG haben diese Songs keinen fixen Text, sondern es ist ein bisschen in einer Geheimsprache, die ein bisschen Schweizerdeutsch, Englisch ist. Ich mache dann manchmal so, dass ich so lassen soll und wenn ich es das nächste Mal singe, sind wirklich gewisse Texte einfach schon mal da. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Ich bin fast mehr stolz als auf die Musik, dass wir das wirklich als fünfte Zweck kriegen. Jedes Mal wieder aufs Neue und dass sich auch jeder wieder darauf einlässt, das ist alles andere als Selbstverständlich. Musik Gut! I-löscht! Nächste Song! Musik 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 Musik